Wo sind wir denn hier? Oh, fuck. Wolle ich hier sein? Ja, weiter spielen. Wir sind im ersten Stock. Schätzlein, du sagtest, du kennst einen Geheingang im ersten Stock. Also, was ist nun? Ah, vom Thronseil aus gibt es einen Geheingang zur Kathedrale. Sicher wird uns der Priester dort helfen. Nur gut. Äh, äh, ist wieder hoch. Das ist aber jetzt ein zweites Stock. Und hätte sie nicht einfach sagen sollen, ey, geh in den Thron, lol. Dieses königliche Wappen verbirgt einen Geheingang. Hast du eine Lampe dabei? Ach, sehe ich. Es ist nämlich Stockfinster dort drinnen. Und ohne Licht kommt man nicht sehr weit. Bist du bereit? Dann lass uns jetzt gehen. Komm her. Hilf mir bei dem Schieb. Wir müssen es von der linken Seite anpacken. Nun mach schon. Wir. Und dann mach schon. Ah, sie hilft. Ah. Okay. Dann nehmen wir eben die Lampe. Ich möchte auch meinen Bumerang haben. Das brauchen wir. Und die gehen immer. Oh Gott. Au. Nach einer Zeit aus, ne? Lange. Nein. Da ist ja noch eine Mann. Die hat sich unter dem Rücken vor der Prinzessin's Zelt versteckt. Das ist voll unfair. Gut, brauche ich zwar nicht, aber okay. Ja. Jetzt auch noch spinnen. Come on. Ja, tue. Ja, wir gehen da rein. Ich bräuchte mal wieder ein bisschen Öl. Manni, vorwärts. Es ist ja nicht mehr weit. Nur noch durch dieses Gewölbe. Und wir haben die Kathedrale erreicht. Pass auf, wo du hintrittst. Oh. Ha, ha, ha. Jetzt sieht die Sache schon anders aus, hm? Nein, 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 nein. Au. Ein roter Diamant. Oh. Cool. Geht's noch? Ha. Das wollte ich. Gibt's hier nix. Okay, das ist wichtig. Wir brauchen hier einen Schlüssel. Mit Sicherheit. Einer vor dem. Oh, nicht mal der letzte. So, ziehleine. Alter, wir haben hier wahrscheinlich echt eine hohe Luftfeuchtigkeit, wenn das Feuer so schnell ausgeht. Puh. Oh. Was werden wir hier wohl brauchen? Hm. Wie auffällig. Wie auffällig. Ja, wir haben hier. Ich trete sie zum Tode. Ho ho. Oh, was für ein schweres Rätsel. Hm. Gott, wir sind so ein Genie. So eine Frechheit. Hinter dieser Tür liegt die Kathedrale. Zum Öffnen musst du an einen der Hebel ziehen. Komm her da. Lass mich raten. Dir an diese Hebel. Um die Tür zu öffnen, drück die A-Knopf und das Steuerkreuz nach unten. Was wäre mit dem anderen passiert? Ja genau, das habe ich mir gedacht. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Danke für das Set. Wenn ich es mir schon gedacht habe, worum ziehe ich da noch? Ein Wunder. Prinzessin Söger. Ihr seid ins Sicherheit. Hast du das getan, Manni? Ja, richtig. Manni half mir aus dem Kerker zu fliehen. Jedoch erfuhr ich dort. Was Arganim plant. Es ist unfassbar. Er droht mir mit den Worten. Wenn ich mit dir fertig bin, kann ich das Siegel der sieben Weisen brechen. Bitte Manni, lass nicht zu, dass diese wunderschöne Hyrule in die Klauen des Bösen gerät. Wenn dir das Siegel der sieben Weisen bricht, werden böse dunkle Mächte hier regieren. Bevor es zu spät ist, ich flehe dich an, vernichte Arganim, denn nur du bist dazu in der Lage. Bitte. Ich glaube, eine dunkle Macht steckt hinter Arganim-Saten und seiner schwarzen Magie. Nur eine Waffe ist im Stand, im Kampf gegen die Macht des Zauberers zu bestehen. Das sagenhafte Masterschwert. Doch einiges mehr solltest du noch wissen, Junge. Die Leute sagen, der Dorfälteste sei ein Nachfahre der sieben Weisen. Er weiß sicher mehr über die Kraft des Schwertes. Zu ihm solltest du gehen. Die Burgwache sucht dich schon überall, Prinzessin Zelda, verstecke ich hier bei mir. Ich markiere dir das Haus Sahasralas auf deiner Karte, aber nimm dich in Acht. Mach dir keine Sorgen und zögere nicht länger, den Dorfältesten zu suchen. Hast du mich verstanden? Nein. Nein. Okay. Ich spiele kaum, glaube ich erst mal. Ich muss ja gut ausgerüstet sein. Ja. Ein Herzcontainer. Deine Herzzahl ist gestiegen. Nice. Dankeschön. Bye. 100 cm 100 cm Wie kann ich wieder rauszoomen? Okay. Ich muss da lang. 1 21 30 Wir sind jetzt unbesiegbar. Wir haben einen Herzcontainer mehr. Oh Gott, ist das Game geil. Können wir schon schwimmen oder brauchen wir erst dazu Schwimmflossen? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss da runter, runter, okay. Ich kann da nicht runterfallen. Kann ich da nicht reinschubsen? Das ist ja noch viel, viel schwächer. Oh, Hühner klopp ich nicht. Bist du? Ich sehe, du hast bestimmt ein interessantes Schicksal. Lass mich in die Zukunft sehen. Es wird auch nicht teurer. Was heißt nicht teuer? Wir haben kaum Money. Ich sehe, ich sehe, du wirst Sahasrala den Dorfältesten finden. Das kostet dich 30 Rubini. Hier noch ein wenig frische Energie. What? Bist du bescheuert? Ich weiß, dass ich ihn finden werde, weil ich nach ihm suche, Mann. Was für ein Abzocker. Kann ich mir die 30 Rubini wiederholen? Boah. Das wird nicht teuer. Das ist fast unser ganzes Geld für ihn. Also, die Hälfte. Ich bin schon seit neigen Jahren. Oha. Was? Was ist das? Oha. Was ist das? Oha. Du siehst all das. Ach, sieh da. Manni, was willst du denn von einer alten Frau wie mir? Wie, der Dorfälteste? Oh, es ist so traurig. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Zauberer begann, nach Opfern zu suchen. Oh, nö. Was? Das Master Schwert? An die Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern, aber vor langer, langer Zeit soll das Volk der Hyliar in diesem Land gewohnt haben. Die Legende erzählt, die Hylianer verstecken namens hier erstaunliche Schätze. Eine davon soll das Master Schwert sein. Es wurde speziell gefertigt, um gegen böse, magische Wesen anzukämpfen, soweit ich mich erinnern kann. Soll es noch heute im tiefsten Inneren des Waldes rum. Mehr weiß ich nicht. Verstehst du die Legende? Ja. Suche den Dorfältesten. Irgendjemand den Dorf. Muss doch wissen, wo er ist. Hä? Jetzt aber. Beschwert sie nicht. Aber es ist schon wirklich krass, was aus dem Game geworden ist. Wenn man jetzt ansieht, ne? Das Zelda A Link to the Past, Super Nintendo. Und dann Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom, ne? Wow. Was für ein krasses Franchise. Keiner hier. Okay. Gehen wir wieder. Ey du. Alarm! Wache! Hier ist die gesuchte Manie. Wache! Kommt schnell! Ah. Was für ein Verräter. Seiten. Na du. Willst mich auch verraten? Flasche. Schöne Flasche. Haben der Herr schöne eine meiner Flaschen? Nein. So treten Sie näher. Mein Angebot wird Ihnen sicher gefallen. Hier hätte ich ein ganz besonders schönes Exemplar. Nur 100 Robine. Was sagen Sie? Interesse? Äh. So viel habe ich nicht. So kein Geld in der Tasche. Pech für Sie. Kommen Sie wieder, wenn Sie Geld haben. Ich hau. Alles Okay. Mein Name. Ich habe mit ihnen heard. Ich habe mit ihm mit der sud helen.